mal so ist ihr user edelstein besetzter schnupftabakflaschen herzlich willkommen zurück zu unschaltet the lost legacy und wir müssen jetzt gucken dass wir hier ja das müssen wir was ich denn vielleicht echt hier runter ich bin mir da nicht so sicher das ist aber irgendwie der einzige weg nein definitiv nicht alles gut ich bin ok oder muss ich hier vielleicht nur für den schatz ich kann hier rüberklettern natürlich kann ich hier rüberklettern ich komme kleiner umweg kommst du wer nicht wagt der nicht gewinnt bleib da sam wir holen dich rüber ach Sam also seine neue deutsche stimme die finde ich aber jetzt echt nicht so überraschend hey damit könnte es gehen oh verdammte scheiße ist das schwer ja 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 auf geht's na los wir sitzen hier auf dem präsentierteller irgendwie fühle ich mich sicher wenn sie da ist ohne ihre hilfe hätte ich dich nie gefunden ok wenn ich bloß am liebsten umbringen dann gibt ihr keinen grund dazu okidoki da sehe ich eine leite die nadine sie mal nach ob wir da oben was brauchen ich mach das nein schon gut na los süße ich helfe dir hoch ok du nur gentleman sein sie einfach zu und lernen hoch ok ist da irgendwas zum raufklettern eine kiste oder sowas das sollte gehen ha cool ich hab's kommt hoch nur zu Sam alter Verschönheit ach zu liebenswürdig nein sie hat nur Angst dass ich das umstoße und dich da zurück lasse äh dann geh ich von jetzt an lieber zuerst ich würde ihn nicht zurücklassen ja naja sei netter Sam siehst du wo es weiter geht niemand nimmt wir brauchen eure enter haken okidoki bin unterwegs na was machst du denn etwas heikel hier warum pack ich eigentlich immer in diese morschen stellen das wollte ich gerade noch machen tschüss tschüss hier ist erstmal wieder irgendwo ein Schatz geh du doch vor und lass mir das Seil da alles klar bring dir nächstes mal selbst ein Seil mit echt mal tschüss da ist er eingesackt was willst du denn ich drücke x ok was willst du denn oh oh was ist das was ist das mal bezahlen euer klar na gut das sind nicht viele wir können halt dieser Chef macht keine halben Sachen das wird eine ziemliche Show so eine scheiße show line was zur Hölle machen die wir haben alle umgelegt hey Sam was hey bist du ok ja ok du musst nämlich ruhig bleiben bin ruhig also aufgepasst ladies wir machen es so ich übernehme den rechten Kerl ihr beide bleibt einfach oh shit sie werden ruhig wow wow ja danke für das chaos ja danke für das chaos ich habe keine Waffe ich kann es versuchen ja 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 Was ist denn da los? Tausend Leute! Oh, die kommen von überall! Ja, eine Schlappgang ist jetzt auch nicht so die ideale Waffe für diese Fernkämpfe hier. Oh, können wir nicht nochmal schlafen. Was geht denn hier ab? Oh, okay! Oh! Oh, 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 oh. Auf dich Mann Wo kommen die denn in die Terminale her Es war doch keiner mehr da Es war doch keiner mehr da, ehrlich Das gibt's doch nicht Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann Das sah doch so gut aus Ich weiß nicht, wo die auf einmal alle wieder herkommen Nein, 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 nein Ach Mann, ey Nein, 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 nein Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann Oh Mann, ich habe keine Money mehr Geh weg Oh Mann Oh, danke Oh mein Gott Ach, es lief doch so gut die letzten Kämpfe Jetzt geht die ganze Scheiße wieder von vorne los Mann, schießt er nicht immer gegen die Wand Verdammt, auch mal Ja, Leute, ich habe keine Money Macht irgendwas Ja, was soll ich machen? Oh, die sind überall Hey, wo soll ich denn hin? Wo soll ich denn hin? Die sind überall Mann Oh, gib mir eine andere Waffe Für diese Shotgun Was soll ich mit einer Shotgun An dieser Stelle Oh, Leute Die sind überall Wirklich Was soll ich denn machen? Die sind überall Ey, verdammte Hacke Das hear Wirklich 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 Na Sam, triffst du vielleicht mal irgendeinen? Na Sam, triffst du vielleicht mal irgendeinen? Tja... Awesome! Awesome! ...für deinen Spaß! Tja... Nein! Danke! Danke! Ich brauche jetzt erstmal Moni! Das war mir schon wieder viel zu knapp! Ja! Hier oben liegt irgendwie gar keine Munition! Na gut! Ja! Dann begnüge ich mich mit dem was ich habe! Schatzmäßig geht hier auch nix anscheinend! Sonst hätte sich mein Amulett schon gemeldet! Hier gibt es noch eine Waffe! Das ist doch die gleiche die ich da hinten hatte! Ich wette wir können hier landen! Ja! Können sein! Ja! 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 Schuss! Das ist jetzt nicht der Burner, aber passt schon! So! Gut! Weiter geht's! Ich glaube hier kommen wir durch! Ich glaube hier kommen wir durch! Hilfst du mir mal? Komme! Fraser! Geh du vor! Danke! Wir sind fast am Bahnhof! Kann nicht mehr weit sein! Ich häng hier mal ne Runde rum ne! Ich häng hier mal ne Runde rum ne! Scheiße! War das jetzt unbedingt nötig? Okay! Also dann! Da liegt ein Schatz! Nein! Nein! Komm ich nicht hin! Ah! Da lag doch ein Schatz oder nicht! Aber es hat auch nichts äh... Mein Amulett hat sich nicht gemeldet! Aber das ist da... Ach! Das ist... Ein Foto! Aber da ist doch was! Da ist doch definitiv ein Schatz! Wo seid ihr denn eigentlich? Da ist doch ein Schatz! Aber ich komme da nicht hin! Echt nicht? Das gibt's doch nicht! Ich muss doch da hinkommen! Ach! Hier aber! Okay! Alles okay da unten? Ja! Bis Sam seinen Arsch erwähnen musste! Wo seid ihr? Am Punctum! Nadine! Siehst du einen Weg hier rauf? Fraser! Wir suchen etwas woran du dein Seil festmachen kannst! Ah! Klingt nach einem Plan! Ich hab was für dich! Stützt das gegen diese Streben! Ich hab nicht mal... Weiß nicht mal wo ihr seid, Leute! Ehrlich! Ich hab keine Ahnung wo ihr überhaupt seid! So! Das klingt aber nicht gut! Wir gehen nach! Oh Himmel! Nein! 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 Komm rauf hier! Los, los, los! Sam! Halt den Balken fest! Ich mach ja schon! Oh scheiße! Mann! Das sah so stabil aus! Danke, zwei! Gut gemacht! Ja, nicht schlecht! Wo es doch ihre Idee war! Na dann! Wir wollen hier nicht verweilen! Du hast der Sarf also nie über Schorlein reden hören? Ich schwör's dir! Ich hab von seinen Männern bloß erfahren, dass die indische Armee seine Zulieferkette abgeschnitten hat und sie Hilfe von draußen brauchen! Das Sarf muss verzweifelt sein! Ich meine, Schorlein würde von jedem Geld nehmen... Ich meine... Vergiss es! Stimmt! So! Warum mauern die den Tunnel zu? Wir könnten die Mauer raufklettern! Aber es ist zu hoch für eine Räuberleiter! An dieser Stelle nach diesem aufregenden Rumgerutsche, Rumgespringe, Rumgeklettere mache ich jetzt erstmal wieder Schluss! Und im nächsten Teil geht es dann von hier weiter mit Uncharted The Lost Legacy! Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal!